hallo frauen der käuflichen liebe und willkommen bei eurem schule der mal wieder auf der jagd ist diesmal aber endlich mit dem diamantschwert bereits und das bisschen ruhe ich habe hier schon tundra blumen ich habe schon welche gefunden die haare vorhin an keine ahnung oder was heißt vorhin in der letzten folge oder in den letzten folgen keine ahnung wie vielen tundra blumen vorbeigelaufen jetzt die nummer einsammeln müssen aber gut egal wenn ich schon mal hier bin dann kann ich ja noch mal jagd auf virus machen und auch auf die blizzards also die keine ahnung blizzard echsen ich weiß nicht was es übersetzt heißen soll du bist ein netter abnähter nicht und sagen er lässt sich einfach so fertig machen aber leider ein irrtum akkurat daneben gehauen nun damit habe ich wieder acht und tanz mit mir keule tanz den todestanz ja euch nehmen wir auch noch mit da unten und die irgendwo war doch eben so ein nechse da kommen sie ran kommen sie ran ok hier euch noch so dass ich genauso fertig machen wie dein kollege kommen so ist das schön ok damit habe ich wieder neun davon nochmal gesammelt 15 augen 46 tundra flowers ich brauche euch dafür die blizzard schissard dingens rambo hier die bräuchte ich noch mal rambodüft also die steinbock schwänze whatever dafür muss ich ins gebirge ist denn hier wohl hier bin ich schon mal aus der arktischen zone raus hier sind auch diese tollen tundra blumen was sehe ich denn da komm her ihr keule so schapeau ganz toll wie sie sehen sehen sie nix sie ist ja echt nüchte wenn hier irgendwo ein loch ist falle ich direkt rein oh halt hier ist eine truhe aha 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 warum schissard found in can be consumed ja gut das äh ne nehmen wir mal so hin tja wo hier was ist denn das hier im westen gehen wir doch mal dahin das ist aber vielleicht ein bisschen nach gebirge raus vielleicht ist es auch einfach nur wald ne so ein verschneiter wald wär nicht so geil aber mal gucken äh komm schon äh wo ist es da so äh weiter Richtung westen es wär voll geil wenn's mal hell wird äh 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 häng ich jetzt echt fest was willst du von mir weg so mhm bin ich schon annähernd da fast 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 mountains yo mountains sind gut irgendwo hier müssten die viecher leben theoretisch äh ach nee da oben ist ein miru shit ich dachte das wär schon so einer und steinbock oder gems wie auch immer aber pfff da leider da ist auch ein miru ähm tja da oben ist einer hab dich gesehen keule es gibt keinen komm oh da ist noch einer ja komm komm ran komm ran so und wo ist dein kollege da äh so noch irgendwo einer das sind jetzt nur noch mirus und die normalen das da ist ein miru normaler steinbock normaler miru miru na jetzt sind sie plötzlich überall ne vorhin äh vor zwei drei folgen als ich die viecher gesucht habe äh wir versticken uns ne auch miru ah hier zwei stück oh drei stück äh hier war doch eben noch einer wo ist er da okay haben wir dich auch so die mirus verschwinden das ist sehr schön in die mir nicht mehr auf den sack ihr da ne ganze familie von den viechern sehr schön wo wo hallo Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Damit habe ich jetzt 15 gesammelt. Okay. Dann machen wir noch mal ein bisschen weiter hier. Da unten war noch einer hier irgendwo links jetzt da. Nee. Erstmal wieder Pilze essen, alter Vater. Knappes Ding. Aber sehr, sehr schön. Hallo, ist ein Pilz. Okay. Da sind noch mal zwei, da drüben. Äh, hüp. Hm, wo ist dein Kollege? Da. Jawollo, 20. Plus die, die ich beim ersten Mal gesammelt hatte. Oh, es sind schon ein paar. Okay. Ah, toll. Oh Gott, ist der. Oh, fuck, fuck, fuck. Das könnte runtergehen. Heute auch nicht. Oh, da brauchen wir denn jetzt ein Leck. So, her damit. Huh. Ah, da sind noch zwei. Sehr schön. Oh, fuck, ich muss was essen. Peakstone, habe ich den eigentlich schon gesammelt? Ja, habe ich. Okay. Hier waren, oh Gott, da waren so, alter. Ich habe keinen Bock, euch hinterher zu klettern, shit. Oh, Alter, hier da drüben. Irgendwie vier Stück oder wie viel das waren. Auf allen Flecken. Genau, wie komme ich da hin? Am schnellsten und besten. Hier hoch. Ich hoffe, die sind doch ja auch noch da. Jawohl. So, der nächste. Hey. Und hier war noch einer. Da, habe ich gerade Hörner gesehen, ne? Yo, Baby. Sehr ordentlich. Alles klar, damit habe ich jetzt, wie viel habe ich? 28. Das sollte erstmal reichen. Wow. Hallo, warum liegst du so? Und da ist hier sonst noch irgendwas. Ich weiß gar nicht, die normalen. Was kriegt man? Komm. Ich mache nochmal so einen normalen, alle. Auch wenn der mehr aushält. Ey. Alter. Wieso holen die denn ab? So, was bringen die nochmal? Okay, nur Leder und Schnee. Chapeau. Soviel dazu. Soviel dazu. Dude. Aber dann dürfte ich jetzt den noch herstellen können, ne? Oh, den kann ich sogar jetzt schon herstellen. Ja, sauber. Passt. Alles klar. Das heißt, das für den kommt alles aus der Tundra. Das für den. Das habe ich. Schwefel. Bin ich mir ganz sicher, dass ich den habe. Red Flower müsste ich auch welche haben. Davon habe ich nicht mehr so viele. Vielleicht noch vier oder fünf. Aber reicht ja erstmal. Einmal mit einem Quarf kann ich vier herstellen. Das heißt, vier kosten. Das passt. So. Warum habe ich denn hier mal eine Vakilchen gesetzt? Und wesentlich. Ja, Tundra-Blumen. So oft dran vorbeigelaufen. Und totes Gras noch eingesammelt. Yeah. Gut. So. Ähm. Ich habe gerade von diesem Blizzard-Shizzards. Äh. Braucht ich da noch mehr? Ich weiß es nicht. Komm. Wenn ich schon hier in der Tundra bin, dann. Äh. Gehen wir nochmal kurz ein bisschen die Viecher-Farm. Das Diamantschwert hält zum Glück ordentlich was aus. So. Da ist noch einer. Und ich hätte immer noch gerne Fernkampfwaffen. Okay. Noch irgendwo einer. Und dann hier. Hm. Nicht so, oder? Da ist noch einer. Da ist auch noch ein zweiter. Na guck. Euch beide nehmen wir doch mit. Okay. Okay. Das war der Pixie. Na gut. Okay. Der Effekt hört auf. Und damit. Ja. Wäre es auch das O-Ende von der Folge. Wobei ich mir die große Höhle hier nochmal kurz angucken will. Hm. Aber. Ist jetzt auch nicht so spannend, glaube ich. Nee. Alles klar. Dann war es das jetzt wirklich für die Folge. In der nächsten Folge. Da geht es wieder unter die Erde. Na. Ich kann mir endlich diesen Feuerresistenz-Trank brauen. Das heißt, ich kann mich in der Magma-Ebene da länger aufhalten. Und dann gucke ich mal. Halte ich mal Ausschau nach. Was war das? Corruption. Nee. Wie hieß es? Doch. Corruption Dust. Drop from creatures. Von welchen Kreaturen auch immer. Ich habe keinen Dunst. Schauen wir mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Vergesst nicht die Glocke anschließend zu aktivieren, damit ihr auch Benachrichtigungen in eurer Abo-Box bekommt, wenn ich die Videos hochlade oder wenn ich meinen Livestream starte. Im Livestream würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mal vorbeiguckt. Entweder hier auf YouTube oder auf Mixer. Die URL findet ihr unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Schule. Untertitelung. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020